Herzlich Willkommen zurück bei Pokémon! Ok, ein Fluchtseil. Gut. Mal sehen, was das gibt's hier oben. Das ist wieder ein Assistent. Ok, der ist gut, fehlt. Ok, gut, man kommt mit dem Tunnel dorthin. Hm, ok, ich hab 30 Spezies und dann krieg ich den Itemfinder. Ach, Menno. Ok, ich kriege nur, muss 30 Pokémon haben und dann hab ich nur 17. Naja, ok. Ok, da kommt man nicht durch. Gut. Haben wir gleich wieder... ...eine Route weniger, die wir geben können. So, gut. Gehen wir mal ganz provisorisch in den Gras. Damit wir auch vielleicht noch... ...irgendwo gucken wollen. Oder auch nicht. So, gut. Hm. Dann können wir jetzt hier weg. Jetzt haben wir auch geschafft. So, mal kurz gucken, dass man hier oben nicht langkommt. So, glaube ich... Ah, ne, kommt bei nicht gut. Ich hab gedacht, man könnte hier vielleicht durch... ...ja, ja... ...so eine Route wegen Durst zu schließen, ist auch nicht gerade ganz logisch. ...but's falsch ist... ...Falsche Iktaste... ...hmmm... ...Grcomplieste... ...Ext... ... Hast du vielleicht eine Idee wo es lang gehen könnte? Vielleicht nach oben? Nach oben, ja. Das könnte schon stürmen, Marzipan. Die Idee habe ich auch gehabt. Da wir jetzt die Zerschneider haben können, war ja auch hier lang. Das war eine gute Idee. Mal gucken. Du hast Pokémon mit dir? Das sind meine. Die habe ich mir selber gefangen. Das könnten nicht deine Pokémon sein. Mirabla. So gut, das lief. Das funken jetzt leider nichts. Weil er Pflanzen hat. Wer mal Pflanzen hat. Level. No. 18 Ok. Dafür ist der zu schwach. Hm. Hm. Wie nehm ich? Wie nehm ich das? Hm. Wie nehm. Wie nehm. Wie nehm. Wie nehm ich das? Wie nehm ich das? Der Katzenzunge ist noch zu schwach. Wie nehm ich das denn. Wie nehm ich das? Das war's... Naja, dadurch geht's kein Nickelchen machen... Gut, so, da bin ich wieder. Jep, gut, hast du gut gemacht. Den kriegst du auch noch gesiegt, oder? Natürlich. Ich muss doch beweisen, dass ich was drauf habe. Ja, das musst du, musst es auch beweisen. Hm. Gut. T-M40, welcher Attacke ist das, bitte? T-M40. T-M40, 40, 40. Äh, Aero-Aus, okay. Ähm, oh, ha, ha, ha. Gut. Mir war schon langweilig, hehehe. Mach irgendwas. Ich steh nicht so in der Ecke rum und warte, dass irgendjemand zufällig dir in... ...fors Gesicht kommt. Hm. Ich steh nicht so aus. So, gut. die wofür ist nicht schlecht finde ich 23 ist gut und nix noch 25 ist baumkuchen das ist auch gut es kommt jetzt habe ich keine pokémon mehr ein bisschen zu spät finde ich fällt dir das auf das menü kann klein gemacht werden ich gehe mal sehr früh raus am tage um mir meine pokémon wachsen sehen zu können ach so das ist gut wofür funktioniert Oh, Doppelquid! Hätte ich nicht gedacht. Bipo! Mit dem, mit dem! Gut. Die Woche ist gesiegt. Und da sieht man schon, man muss ein bisschen mehr trainieren. Was? Ich hab total meine Zeit verschwendet. So schlimm war es auch wieder nicht. So, gut. Ja, mit dem? Weiß ich nicht. Irgendwie. Hm. So, hier waren wir ja schon. So. Ja. Irgendwie müssen wir noch ein bisschen trainieren. Mit dem Katzenzungen muss man noch ein bisschen trainieren. Gut. 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 Bisですか! Gut. Hallo,! Okay, von die schon ohnehin geringe Angriffe, die ist eh schon wieder noch tiefer, naja. Ich hoffe immer auf Magnitude 10. Pfff, Praline! Pfff, Praline! Ja, okay. Okay, gut, das heißt, Schuss 23 und voll hier ne brennt. Eieieieieiei. Sch- Scharmen da. Puh, Paulina hat eine gute Verteidigung. Gut, das heute bisschen schneller ist, wuff. Gut, gut, das war schon wieder ein bisschen härter. Na gut, du musst mal wieder, 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 wieder. So, gut, das wollte ich jetzt noch machen. Ach, oh man, schon wieder vergessen. Ja stimmt, ich bin wieder eingefallen. So, gut. Wir hatten ja an der Stelle hier hinten ja Probleme gehabt. Gut. So, können wir klein schneiden, gut. Los. Soja. Was ist los, Marzipan? Nicht. Ach, irgendwas bekümmert dich wieder. Du wirst noch groß und stark werden. So. Mal gucken. Mal gucken. Los, meine super, meine super Käfer-Pokemoner. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Amitide, du musst es eigentlich schaffen. Level 20, okay, gut. Mal sehen, mal sehen. Ach, den haben wir jetzt auch noch angreifen können. Gut. Gut, komm. So, das Amazipan jetzt rein kannst du mir ja zeigen, was du drauf hast. Ist nicht so schlimm. Oder doch? Ach, Mann. Ach, jetzt weiß ich auch, was Amazipan meint mit denen, dass sie sich nicht so wohl fühlt. Wir müssen besser kämpfen. Ach, jetzt weiß ich auch, was Amazipan meint mit denen, dass sie sich nicht so wohl fühlt. Ach, jetzt weiß ich nicht. Meine Käfer. Ach. So, ich... Ich habe... Also, ich erzähle, dass... Also, ich habe... Ja, ich erzähle, dass der... Dass dieser Tunnel nach... Ähm... Ich erzähle... Ich werde... Ich werde dem erzählen, dass ich durch den Tunnel gehe, um nach Lavendia zu kommen. So heißt es. Gut. Hm, musste mal ganz kurz überlegen. Hm... Rotz, 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 rotz... Ne, lass mal lieber. Ist Level 19. Hm. Tch, tch, tch. Alles schon so hoch und damit kann ich nicht anfangen. Hm. Jetzt halte ich mir Baumkuchen mal ein. Ich hab's hier Platz. Ach, Baumkuchen, jetzt fängst er schon da. Ach, Baumkuchen, jetzt fängst er schon da. Wir sind hier auf einer neuen Route. Wir können wieder ein neues Mitglied fangen, glaube ich. Ich guck gleich nochmal nach, ob wir die schon eins haben. Irgendwie gerade sowas haben. Ich kann ja keine Flugkantakel hören. Ich habe ein bisschen besser kämpfen. Wir sehen jetzt schon, dass die drei Pokémon wieder geschwächt sind. Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann mal alle verlieren. Ja, das ist nicht so gut. Okay. Was ist das? Das war okay dann nix, das. Trotz Trotz ist ein sehr neues Routenverkommand Ok, gut Ich weiß es ist jetzt ein paar Tappen Ich weiß es ist jetzt ein paar Tappen PGHI heilen, so gut Sehr gut Gut, Trotz Trotz wurde gefangen in Hurra Wurde in Box 1 gepackt Ratzfratz männlich Also wieder ein Edelstein Welcher Welcher Was würde gut dazu passen? Mal überlegen Granit Das ist Granit Ja, Granit Weil seine Zähne so hart sind wie Granit Oder noch härter Granit Da habe ich mich rufen Granit Ja, Granit Man erkennt das ja nicht mehr So, ok, stimmt Musst du gerade Gut Gut, dann haben wir auch ein Granit Hallo? Ja, genau, hallo So, gut Dann haben wir das Wollen wir mal gucken Ja, alles stimmt Ach, genau Topaz Ok, genau Für Kaper Da wollten wir ja nochmal was finden Und das ist Einfach Das ist der Saphir Was So Hier Genau, so Ach, Feier Genau, gut, dann haben wir das auch Gut, damit ist glaube ich wie Dipsa Damit ist wieder unsere Folge vorbei Ähm, Praline Äh, Praline Ja, Praline, Baumkuchen Katzenzunge Jade Ametit Und natürlich Marzipan Verabziehen sich von euch Und wir sehen uns in einer weiteren Folge Von Pokémon Tschüss, tschüss guys Tschüss Bye, woods Tschüss 比較 Bis zum nächsten Mal Regen Tschüss locate und g Vielen Dank.